ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kummer an den konkurrenstufe root 1 remastered edition auf seiten der alliierten gegenschlag ganz genau leute und wir waren hier beim letzten mal haben uns hier aufgebaut was die sammler da machen gefällt mir eigentlich gar nicht aber ist okay dass die mal sammeln und genau leute wir haben uns hier die armee aufgebaut wir haben sie die base aufgebaut wir müssen hier einfach nur die russen platt machen und dann würde ich sagen gehen wir das mal in angriff gut leute jetzt direkt action geladen hier los gut drauf da los drauf da so die schrauber können die raffinerie platt machen so dann diesen panzer weg machen so alles klar leute gut da ist noch eine flag ich wusste es leute da oben ist noch so eine scheiß flag da so macht die weg gut leute was was zur hölle nein schrauber macht dieses liniken platt hatte mir irgendwas weg genommen sieht nur so aus oder so macht die kacke weg so leute die sammler kommen wieder mit voller kohle rein sehr gut so wir machen hier weiter kaputt sagt einfach weg die scheiße so so dann könnt ihr aber bitte euch mal am besten hier sammeln genau so dann würde ich sagen neues team 2 die anhalten gehen hier hin und die unterkommen zwei mammuts zwei mammut panzer ok leute dann werden wir die gleich mal gebührend empfangen hier und genau jetzt los drauf da auf die mammut panzer so sehr geil leute so kaputt und kaputt sehr schön macht diese flack weg weil dann kann ich nämlich mit den schraubern anfangen ganz genau leute so schrauber machen den mammut platt oder ist noch eine scheiß flag das gibt es ja wohl nicht wie viele flachs hat der penner weg damit so los und zack weg damit da ist noch ein mammut weg damit hier weg damit das sieht schon gut aus das sieht schon echt gut aus wie wir den hier überrollen und ja macht diese flammenturm weg den flack da oben weg machen und hier team 2 energie platt machen los so hat diese flammenturm platt da kommen wieder zwei mammuts so da sind die hochschrauber sehr schön hochschrauber platt machen hier platt machen los und hier hochschrauber hier helfen sehr sehr gut so die machen den mammut platt oder auch nicht so leute das ist dreist leute guckt euch das an gut dann baue ich halt hier im bunker hin so weg damit oh hellmarsch alles klar leute so gut dann haben wir das erledigt kann sich der hubschrauber mal reparieren und hier bitte hier auf die tesla spule los oder hier erstmal die flack platt machen ganz genau leute erst mal die flack weg machen dann können die hubschrauber nämlich diese testa spule mit platt machen so leute die hubschrauber bitte hier diese energie alles klar leute da oben hat er noch eine flack stehende penner gut dann macht die weg sehr sehr gut die testa spule funktioniert nicht mehr sehr schön leute ja dann geht es hier direkt action geladen los tatsächlich oh gott warum funktioniert sie wieder macht die kaputt da hat er nämlich noch eine flack seht ihr und weg machen die scheiße so schrauber auf die testa spule da oben da hat er noch eine ne da hat er keine flack mehr sehr gut hey hubschrauber oh wir brauchen tatsächlich silos ja ist egal gut leute die hubschrauber schießt auf die tesla spule so und ihr schießt bitte auf die tesla spule los hubschrauber sehr gut so hubschrauber hier oben drauf ja wir brauchen silos ich weiß es flugfelder ok sind das alle die von team 2 übrig sind ja dann bauen wir noch so drei stück oder so oder nee stopp gar nicht wahr ok dann macht ihn mal hier kaputt ach die scheiße weg da hinten diese flack mal wieder oh flugfelder hier hat er hat er tausende flugfelder hier der penner er macht die mix kaputt ja ein artillerie schuss und die dinger sind weg so muss das sein gut leute wir haben noch alle hubschrauber können die mal die ubo färfter platt machen oh das war's schon ok leute das war's schon sehr cool ok eine neue cutscene leute die kannte ich noch gar nicht vom original ok krass alles klar leute bonus galerie freischalten ein sicherer hafen abschließend italien alles klar leute die mission war ja relativ easy muss ich sagen und dann können wir jetzt direkt weitermachen würde ich mal sagen gut alles klar dann leute gucken wir uns jetzt aber zuerst die bonus galerie an bevor wir da weitermachen nein das will ich alles gar nicht wissen Leute das will ich alles gar nicht wissen erst mal hier die bonus galerie was haben wir denn hier the plan ein unveröffentlicher track oh ok dieser unveröffentliche track war bisher nirgendwo sonst zu hören er wurde während der entwicklung der alarmstufe rot erweiterung gegen angriff geschrieben ok wahrscheinlich konnte er nicht ganz mit den anderen titeln die es im spiel geschafft haben mithalten trotzdem glänzt er durch die typischen klänge der 90er ja das stimmt das stimmt wohl ok leute gut missionsauswahl wir haben immer noch eine seite das ist auch krass gut leute italien zeitkriegische routine alles klar leute gehen wir direkt in die nächsten mission direkt und ja leute die lage ist ernst die sovjets haben eine kleine forschungsbasis im norden eingenommen während des konflikts wurde eine chronosphäre schwer beschädigt wir fürchten sie könnte explodieren ok in der basis befindet sich eine gruppe von wissenschaftlern die während der übernahme gefangen genommen wurde sie müssen gerettet werden bevor die chronosphäre ach du scheiße explodiert bahnen sie sich ihren weg in die basis und evakuieren sie sie doch seien sie vorsichtig es gibt nur einen weg zur und aus der basis eine einzige brücke sie muss geschützt werden damit die evakuierung erfolgreich wird oh mein Gott das hört sich mir an wie äh genau zeitmission und einheitenlimit oh man oh man gut leute dann macht normal und los hier komm gehen wir direkt los keine zeit verlieren hier oh coole mucke ne wo denn wo denn irgendwo sind verstärkungen gekommen ok ah maniken ok uiuiui was ist das denn die russen haben unsere panzer was soll das denn ah da ok alles klar Leute die müssen wir also evakuieren hier äh warum haben die unsere einheiten die penner also wirklich gut dann macht diese raketenwerfer platt ja sie haben unsere einheiten weil die eine basis von uns eingenommen haben deshalb ok leute dann würde ich mal sagen aber wieso ist italien weiß das verstehe ich gerade nicht ok Leute die müssen wir also befreien die dorfbewohner ja alles klar dann gehen wir das mal in angriff aber ich speicher das ding nochmal mission 11 add on die letzte habe ich gar nicht doch die letzte habe ich gespeichert oh was ist das denn ne tesla spule bitte was ist der bescheuert sehr gern ah oh ein sprengwagen ok Leute eine eine atombombe interessant da kommt noch manniken einheit verloren ach du scheiße ok Leute ja mammutpanzer macht die manniken direkt weg die sind aber alle angeschlagen ne merkt ihr das die sind alle angeschlagen gut Leute dann gehen wir mal weiter hier was ist da oben da kommt schon wieder irgendwas ach du scheiße ok zwei mammuts sprengwagen komm mal her das sind zwei mammutpanzer sprengwagen bitte so ok und weg damit ha gute taktik auf die mammuts habe ich keinen bock so weg damit was kommt da schon wieder ach da hinten sind das jetzt ernsthaft tesla mannequin das ist ernsthaft ein tesla mannequin ach du scheiße Leute ja es gibt tesla mannequin die schießen wie eine tesla spule ok diese brücke ist der einzige weg ok einsatz gespeichert alles klar dann die kann man nämlich nicht überfahren glaube ich diese tesla mannequin oh mein gott Leute tesla mannequin dein ernst rosse einfach drüber fahren versuch dir mal platt zu fahren bitte den kann man nicht platt fahren seht ihr das den kann man nicht platt fahren oh mein gott scheiß tesla mannequin euer ernst Leute so fahr die einfach kaputt los ja gut dann will man die nicht platt fahren können das ist natürlich scheiße dann macht ihr mal bitte die tesla mannequin im arsch so alles klar Leute tesla mannequin ist weg sehr gut ok auf diese brücke müssen wir aufpassen ok gut dann fahrt mal hier rüber verstärkungen sind eingetroffen oh tesla ach tesla chronopanzer ok Leute fahr die platt so was was oh mein gott huffschrauber oh tschüss chronopanzer shit man melde mich wie befohlen dummer huffschrauber ja gut bitte komm an da so ähm ok ist das ne atombombe weiß ich grad nicht auf jeden Fall ist die brücke schon ordentlich im arsch bestätigt gefangene befreit bestätigt so dann kaputt machen los und du auch den hier kaputt machen mach die kaputt los mach die kaputt um himmels willen bestätigt bestätigt in ordnung mach die kaputt um himmels willen so fahr da rein oder was äh das ist bestimmt ne atombombe ah nein geld was soll ich denn mit geld ok ach ah ok Leute ähm das sind nur Ärzte und Invasoren ja Invasoren mh pfft könnte ich die bewegen nö kann ich nicht ja gut dann kommt mal alle hier hin bitte die sind alle halb kaputt ne ja und alliierte ach du scheiße ok da kommt wieder was war das denn was ist das Leute was ist das für ein Geräusch mach die kaputt da los und da drauf schießen los so die ist noch am leben oh mein Gott warum warum lebt die noch ok oh mein Gott das ist aber ne ne harte Mission ja ok egal du musst nur einmal da drauf schießen Junge nur einmal da drauf schießen das ist doch nicht so schwer so jetzt kommt er raus los so der Kronokanzler der kann mal helfen bitte viel geil Leute wir haben Kronokanzler was ist das ach Moment Mechaniker schon gut schon gut hä hä was ist das denn stimmt Leute wir haben Mechaniker hier die können Panzer reparieren jetzt verstehe ich das auch der wäre schon fast kaputt der ist schon kaputt na super scheiße egal Leute ähm klar hat er eiskalt den Mechaniker überfahren ok Leute super toll blöder Hause weiß nicht ob ich das jetzt noch schaffen kann überhaupt äh aber ich hab schon zu lange nicht mehr gespeichert also das muss gehen gut Leute ähm stimmt es gibt ja auch noch die Mechaniker hier hab ich ganz vergessen nicht ganz ehrlich sagen hä die Stimme von dem war geil hä oh man typisch Mechaniker ja so die Brücke muss also stand äh stehen bleiben hm Gummipanzer russische Gummipanzer Leute haha wie das aussieht ey oh mein Gott euer Ernst guck der Rosse mit oh wo hab ich die denn auf einmal her geil Verstärkung ne cool Leute alles klar so wir haben's gleich was müssen wir genau machen bringen Bahn sind im Weg in die Basis achso ok Basis oh ne Leute Basis da sind noch Panzer oh mein Gott äh so kaputt machen los Gummipanzer komm mal mit oh Tesla Spule verdammt macht die kaputt echt so was war das denn ok naja gut Leute ist das hier die Basis oh was ist das denn ah wir können Einheiten bauen ja dann machen wir das doch gut Panzer schießt mal da drauf gut Leute dann würde ich sagen was zur Hölle was schießt meine Panzer kaputt genau ich wollte schon sagen wir haben genug Invasoren hier so alles klar Leute wir können ein Manneken bauen sehr gut dann mach das mal ach du Kacke ok Leute hier ähm die sind oh ich hab fast keine Panzer mehr ne so mach die weg so ja Hund und ach du Kacke ähm ok krass ich hab alle meine Panzer verloren scheiße oh Gott ja gut egal komm dann der fährt die bestimmt platt oder ne ist ok ist ok gut dann muss ich jetzt echt bitte komm mit Manneken hier rumrennen ach du Kacke Leute naja gut egal ähm weiterbauen so ich hab nicht mehr viele Manneken da ist nämlich ein Hund und das war's dann mit dem Spion oder auch nicht oh was ist das ah hier ist die Basis Leute einheit für Königin unterwegs nein diese scheiß Höhle da ernsthaft einheit bereit ich kann auch Ingenieure bauen ne Moment ich kann mir einen Hubschrauber von denen klauen abgebrochen bin bereits unterwegs wo kommt der schon wieder mit seinem scheiß Panzer her hier mach den kaputt los mach die Fässer kaputt so oh wir haben Verstärkungen wo Manneken super egal ach du scheiße ok weg machen weg machen mach den weg jeder Verlust ist jetzt gerade scheiße so was kommt da oh Raketentypen sehr gut Raketentypen kann ich immer gebrauchen Leute so dann bauen wir einen Ingenieur weil dann hätte ich ernst gerne nämlich einen Hubschrauber ach du scheiße ok Grenadiere Leute ich hab so viele Raketentypen merke ich gerade so und weg machen so los und diese Grenadiere hier auch weg machen so den auch weg machen da ist schon wieder dieser Hund ey so mach die weg los alles klar den da auch weg machen und den hier auch weg machen und mach mal hier schwächt mal das Gebäude an nur anschwächen bitte so dann nehme ich mir jetzt mal meinen Invasor hier und übernehme mal den ah ich kann mir keinen leisten verdammt es kommt ja mit Panzern an wie soll ich das denn machen Leute diese Panzer wie soll ich diese Panzer denn weg machen also ja ok jetzt hab ich keinen Arzt mehr aber ist ok das ist ok Leute so so wir haben einen Hubschrauber aber ich kann keinen bauen ok dann mach verdammt egal Leute gut dann mach die bitte hier die kaputt los da kommt er schon wieder mit Panzer alter was das kommt er wieder mit Panzer an dann mach diesen scheiß Panzer weg ja fahr doch alles platt langsam wird's nämlich knapp Leute langsam wird's echt knapp also wenn das jetzt nicht funktioniert das war's ne scheiße das war's oh man da muss ich nochmal laden shit man ok ja gut dann lad das halt da kann ich jetzt vielleicht auch besser auf den Mechaniker aufpassen oh mein Gott Leute das ist so eine shit Mission eigentlich nicht die ist eigentlich ganz cool die Mission es ist halt nur anders es ist halt nur anders weil wir halt hier die neuen Einheiten haben die läuft da vorbei sehr gut Leute alles klar ihr bitte diesen Tesla-Panzer Tesla-Manikin da wegmachen los und die Flammenwerfer auch so sehr schön Leute gut können wir hier da kommen gleich unsere Einheiten raus ne so alles klar Leute danach versuchen wir das Ganze nochmal ja es wäre kein spannendes Let's Play wenn es nicht ja Fails wenn es keine Fails geben würde so was haben wir denn hier jetzt hier kamen doch eben Einheiten raus auf jeden Fall auch dieser Mechaniker genau Leute und direkt der Hubschrauber ne ja ja direkt die Hubschrauber die zwei Hubschrauber ja gut ähm dann macht die Hubschrauber im Arsch ha so Hubschrauber weg damit sehr schön da sind meine Einheiten auf die Panzer muss ich jetzt aufpassen meine Güte sorgen sie dafür dass die Brücke bestehen bleibt die bringen ja nur Geld ne ja wobei die brauche ich eigentlich Moment so wo ist der Mechaniker hier auf geht's ja ja klar doch oh man Leute diese Mechaniker ey so da kommen die da kommen die Geldtransporter da kommen die Geldtransporter so Kohle Kohle ihr stellt euch mal bitte dahin und ihr macht mal bitte hier da sind die zwei Panzer die werde ich mal schützen lasst die scheiß Panzer blöde Tesla Spule so wegmachen und wegmachen so sehr gut alles klar alles klar Leute der Mechaniker leistet so gute Arbeit so sehr schön Leute Mechaniker ich hole grad meinen 17er Schlüssel er holt grad einen 17er Schlüssel okay neue Einheit Leute verdammt cool mach den ganz ein Panzer Reparierer oh mein Gott Leute so Kronopanzer den kann ich mal teleportieren ne brauche ich eigentlich nicht gut mach die erstmal ganz in Ruhe dann haben wir nämlich yo dann haben wir nämlich volle Einheiten hier so der Panzer will wieder meinen Dings überfahren ne ah ne ok mach den hier noch ganz hier unten den den Gummipanzer so Leute der Mechaniker ist so geil Leute oh man das bringt einem schon zum lachen das Spiel manchmal das ist schon ach du was hier ist noch ein Weg ok wusste ich gar nicht naja gut egal ja kommt toll da kommen noch mehr Panzer mach diese Gummipanzer platt hier los so Mensch Leute so da ist noch ein ah ja kamen auf einmal zwei Krone Panzer raus ok aber das sieht gut aus Leute das sieht besser aus als beim letzten mal oha ok dann macht sie direkt weg die Kronopanzer sind auch ziemlich stark Leute schau euch die an die Dinger die Kronopanzer sind voll echt stark ach hier liegen Minen rum jetzt verstehe ich das auch so hier liegen Minen rum ok Leute das habe ich jetzt nicht bedacht dass da eventuell noch Minen liegen da schießt du mal eben der macht so viel Schaden der macht so viel Schaden dieser Panzer unfassbar Leute was zur wer hat meine Einheiten abgeballert so Leute ja dann auch nicht den Mechanobot sondern hier den Invasor so der heizt einfach hier rein ne das ist so wir haben wieder unsere unsere Manikin Fabrik gut Leute alles klar du machst mal bitte den den Kronopanzer ganz reparier den los sehr schön geiles geräusch auch klick 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 so gut Leute dann warten wir das noch eben ab der Arzt der Arzt der hilft wieder nicht gut Spion lauf einfach rein los so alles schön heil gut Spion dann spionier halt so viel wie du kannst wenn der Hund gleich ankommt so hier unten ist das Dorf wo wir die Leute raus bringen müssen hier habe ich ja noch zwei dann kommt mal hier hoch bitte die sind nämlich alle voll das ist ganz geil eigentlich und hier ist die Basis hier ist die Basis oder was ja hier ist die russische Basis Leute die müssen wir rein vielleicht schaffen wir das sogar noch so dann kommt ihr mal bitte hier hin und machen diesen Bunker platt ja danke scheiß Miene so der Spion der kann mal ein bisschen weiter erforschen ja natürlich Panzerminen ne wirklich gut das war oh da ist die Chronosphäre Leute die darf nicht explodieren gut dann macht die mal kaputt los und hier diese Hubschrauber platt machen so da seht ihr mal wie viel die abziehen Leute diese Chronopanzer so Leute gut dann hier diese Grenadier so und weg machen und hier Gummipanzer platt machen so und hier einfach drauf fahren los Leute einfach hier platt machen los platt machen die scheiße so und einfach drüber fahren hier fahr die einfach platt so batz batz so Leute dass hier so viele Mänikken sind so wir müssen hier rein wir müssen hier rein vielleicht schaffen wir die Mission ja sogar noch wer weiß Leute einfach drauf fahren hier rein und wir müssen hier Leute befreien was müssen wir genau machen im Basis befinden eine Gruppe von Wissenschaftlern die während der Übernahme gefangen sind und die müssen gerettet werden Weg in die Basis und Wissenschaftler suchen Leute okay weißt du was der macht diese Waffenfabrik kaputt gleich ohne diese Panzer hier weg haben so so irgendwo hier sind Wissenschaftler drin Leute alles klar oh die Folge hat schon Überlänge shit egal Leute das schaffen wir jetzt noch hier los das schaffen wir noch in dieser Folge weil die Folge ist nicht mehr lang ganz genau und dann mache ich auch für heute erstmal Schluss mit aufnehmen weil ja wir haben schon genug aufgenommen heute na wo sind denn die Wissenschaftler hier unten oder was äh nö irgendwie nicht verstärkungen sind eingetroffen bringen sie die Wissenschaftler in Sicherheit da oben kommen Verstärkungen okay nur wo sind die Wissenschaftler Leute das verstehe ich gerade nicht da kriegt der Russe noch Truppen wo sind die Wissenschaftler nein bleibt doch hier oben fangen die mal ab da oben los na gut der macht halt kaputt hier keine Ahnung gehen sie in Deckung was was fünf Mammutpanzer aber wo sollen denn die Wissenschaftler sein was wo sind denn die Wissenschaftler sind die vielleicht hier drin wo sind die Wissenschaftler wo sind die Wissenschaftler Leute hier oben vielleicht ich habe es wieder nicht gespeichert euch Idiot ne das schaffe ich nicht gegen so viele Mammutpanzer ne Einheit okay Leute dann ist das was anderes schade Leute gut egal spiel laden die mission machen wir jetzt noch die Folge hat dann Überlänge ich habe einfach gerade so viel Spaß ist okay ich glaube die wird auch so geschaut die Folge gespeichert oh ne nicht gut dann mache ich jetzt schneller habe ich das nicht gespeichert super okay dann mach halt schneller so mach halt hier schneller und lasst die mannequin einfach kommen dann mache ich das jetzt in hyper geschwindigkeit hier so ihr macht bitte diesen scheiß tesla mannequin platt nein nicht den hinterher rennen ach verdammt egal gut okay ihr macht diesen tesla mannequin platt ja na klar ja toll dann überfahren los so egal Leute da kriegen wir die die verstärkung überfahren einfach nein gut Leute wisst ihr was die Folge ist voll verdammt gut Leute wie gesagt die Folge ist voll wenn euch die Folge gefallen ich mache jetzt hier Schluss weil ja oder nee das macht so viel Spaß gerade nee Leute ich mache die Folge jetzt noch nicht zu Ende nein das sehe ich überhaupt nicht ein Leute sehe ich überhaupt nicht ein ehrlich gut ihr kommt mal bitte nur einer na gut kommt dann fährst du die platt hier los so da kommt der geldtransporter nö Leute wisst ihr was ich habe jetzt gerade schon ein bisschen abmoderiert aber nö nö ehrlich nicht och man jetzt schießt doch diesen Tesla Heine platt ach verdammt gut egal Leute da ist der geldtransporter und die Kohle sammeln los so gut dann dann versuchen wir das jetzt nochmal in Hypergeschwindigkeit oh nein 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 diese scheiße weg wirklich alter schwede eh gut dann heilt euch dann heilt euch verdammt Leute ja ja das ist Tesla manneken ich frage mich wo die Wissenschaftler sind gut dann macht die alle kaputt los so alles klar Leute gut ja dann ja dann mach mach die schneller alles klar oder bewegt dich einfach so los Leute wir haben keine Zeit mehr wir haben keine Zeit mehr so so da habe ich noch zwei Tesla Panzer gekriegt ach Tesla Panzer sag ich schon äh Kronopanzer und dann würde ich sagen jo was zur Hölle so scheiß Panzer weg machen los mach die weg Tesla verdammt nochmal jetzt schießt doch drauf so da haben wir wieder unsere mannekenverstärkung ja ja alles klar ja alles klar ah da ist der Hund da ist der scheiß Hund ne ja gut das ist scheiße gelaufen alles okay Leute so alles klar ja ich bin gerade ein bisschen hier ich habe sowieso nur noch einnehmen war so also werde ich nicht brauchen gut alles klar dann seht ihr alle jetzt mal team 1 und fahrt mal hier durch so der spion der kann man nochmal erforschen bitte gut ihr kommt bitte hier runter und macht die Hubschrauber platt ähm jo was der baut von da oben manneken zerbaut von da oben tatsächlich manneken ja okay ja Leute das macht doch die Kacke hier kaputt verdammt nochmal so dann fahrt das Ding kaputt so alles klar so könnt ihr mal sehen wie viel die chronopanzer hier abziehen Leute ja der Dings ist natürlich weg oh Leute ich hab's wieder nicht gespeichert ne gut alles klar da kommen die drei ja danke toll wir waren doch schon mal viel weiter ey Leute wirklich wir waren doch schon mal viel weiter warum denn das jetzt egal Leute wisst ihr was dann hab ich vielleicht eure Zeit verschwendet jetzt hier mit wenn das wieder nicht klappt aber was sollen wir denn damit dann machen also ich weiß ja gar nicht wo die Wissenschaftler hier sind ne sind vielleicht hier oben ah diese Einheiten hier noch Leute ja der Hund diese wissenschaftler sind ja das war's gut Leute dann würde ich sagen wenn euch die Folge gefallen hat dann mache ich mal nichts mal weiter wenn ich die Folge gefallen hat lasst mir doch mal ein like oder abo da würde mich sehr freuen und ja dann würde ich sagen wenn ich euch mal schönen Abend sehr schönen Tag Tschüss Tschüss